Die Linke hat heute ihre Wahlkampagne eröffnet mit der Präsentation von Wahlplakaten, Großwerbeflächen und auch dem TV-Werbespot. Wir sind bereit, wir sind sehr selbstbewusst und wollen natürlich diesen Wahlkampf nutzen, um für unsere Inhalte auch Politik zu machen, zu werben und dafür zu überzeugen, dass ein anderes Europa möglich ist. Wir wollen eine solidarische Union, wir wollen eine soziale Union, eine ökologische Union. Wir wollen, dass die Menschen, die hier leben und in anderen Mitgliedstaaten leben, dass die wirklich zusammengehören und dass wir uns auch darum kümmern, ob es allen gut geht. Wir haben dafür zu sorgen. Das ist die Linke. Die Linke guckt von unten. Die guckt darauf, was passiert, wenn in Brüssel, in Berlin Dinge entschieden werden, die insbesondere den Ärmsten der Armen, den Sozialausgegrenzten auf die Füße fallen. Die Europäische Union ist für die Menschen da, nicht zuerst für die Banken, so wie wir es bisher erleben. Wenn ihr wollt, dass mit dem Europaparlament eine andere politische Kultur einzieht, dann wählt die Linken. Die Linken müssen stärker sein. Wir brauchen mehr davon. Mit all ihren unterschiedlichen Positionen sind die Linken aber genau diejenigen, die dazu beitragen werden, dass das eben nicht das Europa der Banken bleiben wird.